Autos verkaufen und nicht liefern, Totalschäden, Gerichtsurteile, Verzögerungen und Strafanzeigen. Das alles passiert im Umfeld dieses Autohauses in Essen. Hat der Händler noch Schlimmeres auf dem Kerbholz? Zusammen mit Frau Pieper will ich das herausfinden. In Mörs. Da hinten ist das Autohaus, der Händler, der eigentlich jetzt ihr Auto hat. Genau, der hat mein Auto, ja. Und das hat er dem Händler abgekauft, offenbar, den Sie schon bezahlt hatten. Das ist richtig. Also doppelt kassiert. Nur mal ganz einfach, um es nachzuvollziehen. Ist der da? Und ist es auch der Wagen, den Frau Pieper gekauft hat? Wenn ja, wie ist dieser Händler hier in den Besitz des Autos gekommen? Und gibt es weitere Unstimmigkeiten in den Papieren? Ja, das ist er. Das ist er. Schau mal da, da steht da, der Schwarze. Das ist Ihr Auto. Das ist mein Auto. Also das Auto, was Sie eigentlich haben wollten, oder? Und das steht jetzt einfach hier. Wie fühlt sich das an? Ja, unglaublich. Mir fehlen die Worte. Guten Tag. Hallo, Chef. Machen wir mal so. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der... Von wem haben Sie denn das Auto gekauft? Warum? Weil Frau Pieper hat das auch gekauft. Genau das. Der Mitarbeiter vergleicht die Fahrzeug-Identifikationsnummer aus den Papieren von Frau Pieper mit der dieses Autos. Das ist eine andere Fahrgestellnummer. Ja. Das ist 259. Und das ist hier 148. Kann das sein, dass es ein Scheler ist hier drin? Ne, das kann nicht sein. Haben Sie das von dem gekauft? Nein. Ach so. Von Privat oder was, ja? Ja. Eindeutig. Die Nummern sind verschieden. Aber wir haben ein Gefühl. Wollen sicher gehen und nochmal prüfen, ob es trotzdem nicht derselbe Wagen ist. Können wir das mal von innen sehen? Können wir mal einmal gucken von innen? Weil wir müssen... Ja, super. Danke, Meister. Frau Pieper prüft die Sommerreifen im Kofferraum. Es sind genau die, die sie aus dem Angebot und dem Autohaus in Essen kennt. Ja, das sind die hier. Das ist nicht Beweis. Ne. Nein, 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 nein. Oder war im Internet, der hat einfach die Bilder geglaubt und hat installiert. Haben Sie den denn live gesehen? Ja, ich war ja vor Ort. Das kann sein, dass das eine Feldschirme ist. Genau. Weißt du, wie ich meine? Also das wurde... Wissen Sie noch, von wem Sie es gekauft haben? Privat oder... Ich muss den Unterlagen gucken. Ja, ja, ja. Ja, können Sie mal gucken. Das ist im letzten Monat gekauft. Ah. Das wurde, ist beim Steuerberater. Ich will das prüfen, gehen Sie mir nur hier. Ja, absolut. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Hast du noch irgendeinen anderen Hinweis? Haben Sie noch einen Hinweis? Nur schauen, nur schauen. Wir müssen ja richtig detektivisch hier vorgehen. Denn der Wagen hat einen eindeutigen Makel. Laut Online-Anzeige des Autohauses in Essen ist im Fußraum der Teppich durchgescheuert. Hat dieser Wagen dort auch dieses Loch? Hier vorne, wenn du mal guckst, da unten ist so eine kleine Macke. Da unten viel Stoff. Das ist er, ne? Das ist der. Das ist der. Ja. Das heißt aber, dass wahrscheinlich die Fahrgestellnummer hier drauf eine Fälschung ist. Ja. Scheiße. Das ist ja dann auch noch Dokumentenfälschung. Ja. Das ist ja Betrug von dem anderen. Also pass mal auf. Ich würde sagen, als erstes Kopien hast du davon noch, ja? Darf ich Ihnen das nur mal, damit Sie es auch mal haben, hier lassen, ich schreibe mal unsere Telefonnummer auf. Ja. Haben Sie einen Stift? Ja. Ich bin mir jetzt sicher, das ist das Auto, das Frau Pieper voll bezahlt, aber nicht bekommen hat. Ein letzter Abgleich. Also Kilometerstand, schaue ich auch mal. Wie viel war denn der Kilometerstand bei Ihnen? Ich gucke mal eben. Knapp unter 8000? Ja. Das ist 8000 Kilometer. Hier steht es drauf. Was ist denn hier eigentlich passiert? Der hier scheint ein ordentlicher legaler Händler zu sein. Der hat das erworben, hat aber jetzt, wie man hier vorne sieht, eine andere Fahrgestellnummer. Ja. Das kann ja, wenn alle anderen Merkmale, die Sie gerade gezeigt haben, nur bedeuten, dass... Die Papiere gefälscht sind. Das wäre eine Urkundenfälschung. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. So, mir fehlen jetzt wirklich ein bisschen die Worte. Ihnen auch, oder? Ja, ich bin schockiert. Da steht es so zum Greifen nahe. Eigentlich hätten Sie sich die Schlüssel nehmen wollen. Ja. Oder? Mein Geld ist weg und das Auto steht hier und Papiere sind gefälscht. Da kommt jetzt einiges zusammen. Ich weiß nicht, wie lange der Laden das noch so durchzieht in der Form. Aber das, was wir hier, ich sag mal, doch belegen können, ist ja ein Betrug. Tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen. Rechtlich gehört er Ihnen nicht. Und mein Geld ist auch futsch. Noch. Noch. Auf Rückfrage erklärt der Händler in Moers, dass er das Auto von einer Privatperson gekauft habe. Genauere Angaben will er leider nicht machen. Betrug und Urkundenfälschung haben die beiden Geschäftsführer Ottmar T. und Michael H. mutmaßlich begangen. Harte Vorwürfe, über die ich gerne sprechen würde. Zur Öffnungszeit kehre ich nochmal ins Essener Autohaus zurück. Aber es wirkt verlassen. 9 bis 18 Uhr. Da ist aber niemand. Also ein paar Autos sind da schon noch drin. Aber niemand, der den Laden hier irgendwie gerade... Ach, hier ist eine Nummer. Super. Ich befinde mich in einem wichtigen Außentermin. Auch eine Telefonnummer ist angegeben. Ich rufe an. Geht nicht ran. Nee. So. Also hier drin stehen Autos. Die Nummer, die hier vorne angeschrieben ist, da geht keiner ran. Das sieht jetzt nicht aus wie ein Laden, der das Geschäft aufgegeben hat. Hier wird eigentlich Geld verdient. Sieht zumindest so aus. Das sind keine Preisschilder in den Autos. Das wundert mich ein bisschen. So als wenn die hier so ein bisschen zur Staffage, zur Deko stehen. Von den beiden Geschäftsführern ist weit und breit nichts zu sehen. Interessant finde ich das hier. Der ist im Bundesverband freier Kfz-Händler. In der Abteilung Abzocke oder wo. Alles deutet darauf hin, dass hier schon länger niemand mehr war. Unbemerkt bleiben wir nicht. Ein Nachbar spricht mich vom Balkon aus an. Tag. Wissen Sie, ob da hier ab und zu mal jemand ist? Äh, ab und zu ist da einer. Und wie regelmäßig? Der Nachbar hat schon länger ein Auge auf die Machenschaften des Autohändlers. Seine Beobachtungen schildert er mir gerne vor der Kamera. Ich gebe Ihnen mal noch einen kleinen Tipp. Ja. Der hat mal mit ein paar Libanesen zusammengearbeitet. Ja. Da standen hier richtige Schüsse. Er hat Audi RS6 für 90 Jahre. Ja, ja. Also der hat hier viele Nobelpausen gehabt. Ja, aber nicht seine. Nein, nein, ich weiß nicht, was die damit gemacht haben, ob die Platsche hatten oder ob die die hingestellt haben, um den Laden hochzubringen. Ja, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Aber 100%ig sind die damit auch entgeklopft, ne? Ein weiterer Hinweis auf die möglichen krummen Geschäfte in diesem Autosalon. Also interessant, die Nachbarn berichten natürlich das, sorry, ich mach mal kurz die Mütze ab, wovon wir schon längst ausgehen. Dass hier jemand arbeitet, der eben wirklich krumme Geschäfte tätigt, in irgendeiner Art und Weise. Wie kriegen wir den her? Ganz einfach, ich interessiere mich für so eine Karre. Vielleicht kann er ja morgen früh, steht denn da hinten drin, ach der SLK, den nehme ich. Der ist Silberner, gut, also. Der ist auch noch im Internet. Sehr gut. SLK, 9 und 10. Und wenn er wirklich Geschäfte machen will, egal ob graue oder nicht, dann erscheint er hier morgen früh auch. Sieht aber eigentlich seriös aus, von außen. Man weiß nie, was dahinter steckt. Alle weiteren Anfragen bleiben unbeantwortet. Auch telefonisch ist niemand mehr zu erreichen. Und das hat einen Grund. Kurz vor Weihnachten 2023 erfahren wir, das Essener Autohaus ist insolvent. Unsere Zuschauer, die Familie Pieringer, hat dem jetzt insolventen Händler 15.000 Euro überwiesen. Dieses Geld ist jetzt so gut wie futsch. Der Brief hat uns echt nochmal Weihnachten vermisst, stehen gerade total neben uns. Wirtschaftlicher Totalschaden eines Essener Autohauses. Wie schlimm die Lage wirklich ist, erfahre ich erst Wochen später. Nachdem der Insolvenzverwalter einen Bericht an die Geschädigten schickt. Einer unserer Redaktionssöhne sammelt Autos, so kleine. Das sind Lukas, die bekommst du auch wieder. Es geht in unserem Fall aber nicht um Spielzeugautos, sondern insgesamt um wirklich teure Kfz. Und die Kunden, die bezahlt haben, die Autos nicht bekommen haben, bekommen stattdessen vom Insolvenzverwalter jetzt einen anschreiben. Wie schrecklich, oder? Ich darf daraus gerne mal zitieren. Der Insolvenzverwalter schreibt, es gibt keine belastbare Buchhaltung bei dem Unternehmen. Zahlungsströme können nicht nachvollzogen werden, da es dazu keine entsprechenden Belege gibt. Zum Teil sind Rechnungen geschrieben worden, denen kein Rechtsgeschäft zugrunde liegt. Und jetzt kommt der Hammer. Aufgrund der vorgefundenen Situation hat es der Steuerberater abgelehnt, Jahresabschlüsse zu erstellen. Ist dem noch irgendwas hinzuzufügen? Das sagt doch eigentlich alles über die Geschäftstüchtigkeit des Autohauses, oder? Einen letzten Versuch will ich noch unternehmen, die beiden Geschäftsführer Ottmar T. und Michael H. zu konfrontieren. Warum haben sie über ein Jahr lang ihre Kunden abgezockt und flüchten sich jetzt in ein Insolvenzverfahren, an dessen Ende alle Geschädigten sicher nur einen kleinen Teil ihres Geldes zurückgehalten? Also insolvent kann ja jeder gehen, auch jeder Autohändler, obwohl mir da ein bisschen die Vorstellungskraft findet, wie ein Autohändler, der die Fahrzeuge immer auf Kommission da stehen hat, plötzlich, bam, wirtschaftlich vorm Ausstehen kann. Außer er macht krumme Dinger. Und genau auf die würden wir die Herren jetzt gern mal ansprechen. Zu meiner Verwunderung sehe ich, dass mittlerweile ein anderer Name an der Fassade prangt, den wir aus rechtlichen Gründen unkenntlich machen müssen. Wie, ich denke, hier ist insolvent. Achso, jetzt hat das gerade einen neuen Namen, das Ganze. Aber die Autos kennen wir ja. Anscheinend hat sich schnell ein Käufer gefunden. Wenn alles richtig gelaufen ist, ein gutes Zeichen für die Gläubiger. Denn so steigt die Insolvenzmasse, aus der sie bedient werden. Aber wo finde ich die beiden alten Geschäftsführer? Guten Tag. Ist der Herr *** zu sprechen? Nein. Achso. Der Herr ***, ist der noch hier irgendwo? Der war da drüben. Der war schon weg. Der war da drüben. Vielleicht können Sie mir helfen. Wer weiß denn was über den Herrn ***. Ich stehe vor dem neuen Eigentümer des Autohauses. Der Kfz-Betrieb im Hinterhof hat übernommen und berichtet mir, dass nur einer der beiden Geschäftsführer operativ den Hut auf hatte. Und so ist das hier in Essen und Umgebung. Gerade ganz interessantes Gespräch gehabt mit dem Besitzer und Betreiber der Werkstatt dahinter. Der hat das jetzt hier übernommen, sozusagen. Direkt aus der Insolvenz raus. Allerdings nur das Autohaus. Und der sagt schon, jeden Tag stehen hier immer noch Leute, kommen hier immer noch Leute hin und wollen wissen, wo ihre Fahrzeuge sind. Und er kann nur sagen, tut mir leid. Keine Ahnung. Aber es steht wohl fest, zumindest wurde uns das so geschildert, dass der von uns gesuchte Herr H. hier ganz, ganz wild unterwegs war. All die letzten Wochen und Monate. Ganz offensichtlich hat er das getan, als Co-Geschäftsführer seines eigenen Schwiegervaters. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deshalb unternehme ich den ultimativ letzten Schritt im Namen meiner Zuschauer. Ich versuche, die beiden Geschäftsführer zu Hause anzutreffen. Zuerst suche ich Michael H. auf. Der Mann, der mutmaßlich hauptverantwortlich für die Straftaten sein könnte. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir suchen den Herrn ***. Hallo. Obwohl ich drinnen Licht sehe, öffnet niemand die Tür. Eine Chance habe ich noch. Würde gerne mit Ottmar T., dem Seniorchef und Schwiegervater, von Michael H. sprechen. Auch beim anderen Geschäftsführer, Gesellschafter des Autohauses will keiner mit uns sprechen. Nun gut, die Belege und Beweise, die mittlerweile vorliegen, sind ja auch turmhoch. Also wir haben zum einen diese mutmaßlich gefälschten Fahrzeugbriefe. Wir haben diese vielen Kunden, denen teilweise Autos doppelt verkauft wurden und, und, und. Wir sammeln, wir geben weiter an die Strafverfolgungsbehörden und irgendwann wird sich auch dieser Fall lösen. Ob ohne oder mit unserer Hilfe. Kurz nach unserem Besuch erreicht mich Post. Vom Anwalt. Es ist unsere Pflicht als Journalisten, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Den Menschen, denen wir was vorwerfen, die Gelegenheit zu geben, Stellung zu nehmen. Das haben wir getan. Ein riesen Fragenkatalog ging raus an beide Geschäftsführer. Wir haben sie nicht antreffen können, weder zu Hause noch am Unternehmenssitz und nur einer hat geantwortet. Und zwar der ältere, Ottmar T., durch seine Anwälte. Und die sagen uns, dass es sich bei den beiden Geschäftsführern um Schwiegervater und Schwiegersohn handelt. Dass weiterhin der jüngere, Michael H., die alleinige operative Verantwortung für das Autohaus hatte. Und Ottmar T., erst spät. Erst, und das ist entscheidend, kurz vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens überhaupt, über die Umstände dort im Autohaus informiert wurde. Weiter schreiben uns die Anwälte. Es besteht der Verdacht, dass Herr H. in mutmaßlich strafrechtlich relevanter Weise Fahrzeuge über das Online-Portal der Gesellschaft im Internet weit unterhalb des regulären Marktpreises angeboten und diese so dann jeweils gegen Vorkasse an mehrere Käufer gleichzeitig veräußert hat. Des Weiteren hat Herr H. über die Gesellschaft eine Vielzahl von Unfallfahrzeugen, denen durch einen namhaften Sachverständigen eine ordnungsgemäße Instandsetzung bescheinigt worden ist, veräußert. Diesbezüglich war bereits eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten anhängig, welche Herr H. vor unserem Mandanten verborgen hielt. Durch den vorläufigen Insolvenzverwalter kam jetzt die gesamte Schadenssumme ans Licht. Ich muss mir die Brille zurechtrücken und Sie sich bitte hinsetzen. Es geht dabei um insgesamt fast 1,5 Millionen Euro Schaden. Verursacht vom Schwiegersohn, ganz offensichtlich, sagt der Schwiegervater. Der Verständnis hat für die Verbitterung der Kunden und dazu beitragen will, dass das alles schnell aufgeklärt wird. Nun, das wird es mit Sicherheit. Ich denke, hier kommt es zeitnah zu einem Strafverfahren. Und ich verspreche, darauf werde ich mein Auge haben. Und ich verspreche, darauf werde ich mein Auge haben.